In diesem Tutorial werden wir uns die grafische Differenzation anschauen oder ein bisschen netter bzw. zugänglicher formuliert die grafische Ableitung von Funktionen anhand ihrer Schaubilder. Bevor wir loslegen, will ich euch noch ein paar Hinweise geben, die bei diesem Thema sehr hilfreich sein werden. In erster Reihe musst du in der Lage sein, die wichtigsten Punkte eines Schaubildes zu identifizieren. Das heißt, bei dieser Funktion f von x, die Punkte, die für die Ableitung die größte Bedeutung haben, sind in erster Reihe die Extrempunkte, also die Hoch- und die Tiefpunkte. Ich glaube, ganz gut hier an der Stelle erkennbar. Außerdem braucht man noch sehr oft die Wendepunkte. Die kann man auch sehr leicht identifizieren, indem man das Krümmungsverhalten untersucht. Gut. Also, wir können uns vorstellen, wir fahren hier mit einem Auto auf eine Straße. Zuerst befinden wir uns auf einer Rechtskurve und irgendwo hier findet wieder der Übergang in eine Linkskurve. Dieser Übergang ist natürlich eine Wendestelle oder ein Wendepunkt. Dann fahren wir entlang dieser Linkskurve, spätestens bis hier, wo wir wieder in eine Rechtskurve wenden. Also, wir haben hier noch einen Wendepunkt. Und dann, von dieser Rechtskurve, gehen wir wieder in eine Linkskurve. Das bedeutet, an dieser Stelle haben wir auch noch einen Wendepunkt, und zwar ein ganz besonderer. Das ist ein Sattelpunkt. Also, kurz gesagt, der Sattelpunkt ist ein Wendepunkt mit einer waagerechten Tangente oder mit der Steigung 0. Das sind die Punkte, die für die Ableitung eine sehr wichtige Rolle spielen werden. Anhand einer Beispielaufgabe wollen wir für eine Funktion f von x die Schaubilder der ersten und der zweiten Ableitung skizzieren. Wir nehmen die Funktion, die wir gerade angeschaut haben. Und wenn wir die erste Ableitung zeichnen wollen, müssen wir in erster Reihe eine Sache beachten. Und zwar, die Ableitung ist immer die Steigung der Tangente. Wie uns das weiterhilft, werden wir gleich sehen. Dafür habe ich hier schon mal ein Koordinatsystem für die erste Ableitung vorbereitet. Also, wir haben vorher gesagt, die wichtigsten Punkte sind die Extrempunkte. Genau mit diesen Punkten fangen wir auch an. Hier an dieser Stelle, also wir haben hier einen Hochpunkt und einen Tiefpunkt. In diesen Extremstellen können wir uns Tangenten vorstellen. Okay, wenn man einen Hochpunkt und einen Tiefpunkt, eine Tangente zeichnet, dann ist das eine waagerechte Tangente. Das bedeutet, die Steigung ist 0. Und links hier steht, die steigende Tangente ist die erste Ableitung. Das bedeutet, das ist der Hinweis für uns, die erste Ableitung wird an dieser Stelle 0 Stellen haben, weil die Steigung 0 ist. Also, wenn wir diese Hoch- und Tiefpunkte bis in die erste Ableitung verfolgen, ich werde es ja jetzt versuchen, das Ganze hier ein bisschen anzudeuten, dann landet man in den Nullstellen der ersten Ableitung. Außer dieser Hoch- und Tiefpunkte kann es passieren, dass noch weitere Punkte die Steigung 0 haben. An dieser Stelle natürlich der Sattelpunkt hier. Der hat auch die Steigung 0. Wenn ich hier eine Tangente andeute, dann ist sie auch eine waagerechte Tangente. Das Wörter, der Sattelpunkt, ist ebenfalls eine Nullstelle der ersten Ableitung. So, im Prinzip haben wir jetzt für das Schaubild der ersten Ableitung schon die Nullstellen. Wenn wir jetzt noch wüssten, wie die Ableitung hier verläuft, also von oben nach unten oder von unten nach oben durch diese Nullstellen, könnten wir dann das Schaubild schon grob skizzieren. Und das versuchen wir jetzt nochmal ein bisschen nachzuvollziehen. Für die erste Ableitung ist das Ganze so definiert, Alles, was über der x-Achse liegt, in diesem Bereich, ist der positive Bereich und alles, was unter der x-Achse liegt, ist der negative Bereich. Vor dem Hochpunkt, wenn wir oben schauen, wenn wir uns hier Tangenten an den Graphen vorstellen, natürlich haben sie eine positive Steigung. Nach dem Hochpunkt, wenn wir uns eine Tangente vorstellen, die fällt, also hat sie eine negative Steigung. Das bedeutet für die Ableitung ein Vorzeichenwechsel von oben nach unten, kurz gesagt, von Plus nach Minus. So, genau mit der gleichen Denkweise können wir auch bei dem Tiefpunkt weitermachen. Vor dem Tiefpunkt, wenn wir uns eine Tangente vorstellen, hat sie natürlich ein negatives Vorzeichen. Und nach dem Tiefpunkt steigt die Tangente, also hat sie ein positives Vorzeichen. Deshalb haben wir hier an dieser Nullstelle einen Vorzeichenwechsel von Minus nach Plus, also von unten nach oben. Der Sattelpunkt ist ein bisschen was Besonderes. Vor dem Sattelpunkt, wenn wir uns Tangenten vorstellen, dann haben sie eine positive Steigung. Und nach dem Sattelpunkt, in diesem Fall, ebenfalls eine positive Steigung. Das bedeutet, bei dieser Nullstelle kommen wir vom positiven Bereich, die Steigung wird kurz 0 und dann gehen wir wieder in den positiven Bereich. Das nennt man auch eine Nullstelle ohne Vorzeichenwechsel, in diesem Fall von Plus nach Plus. So, anhand des Vorzeichenwechsels kann man eigentlich das Ganze schon mal sinnvoll verbinden und einen groben Verlauf der ersten Ableitung aufstellen. Also, ich verbinde jetzt einfach nur sinnvoll diese Punkte und da hat man schon die Skizze der ersten Ableitung. Die Wahrheit ist, nicht jede Funktion besitzt jetzt so viele Hochtiefpunkte und Sattelpunkte, dass man sie so leicht zeichnen kann. Deshalb kann man auch noch die Wendepunkte zur Abhilfe nehmen. Und zwar, wir haben bereits bei der Funktion f von x vorher schon die Wendepunkte identifiziert. Grob hatten wir einen Wendepunkt an dieser Stelle, dann hatten wir an dieser Stelle irgendwo noch einen Wendepunkt und natürlich war noch der Sattelpunkt da ein Wendepunkt. Wenn wir diese Wendepunkte jetzt in der ersten Ableitung verfolgen, dann werden wir sehr leicht erkennen, dass wir genau auf die Extrempunkte der ersten Ableitung landen. Und das ist natürlich eine wichtige Information, die man sehr oft bei dieser Schaubilder ausnutzen kann. Also, auch mit Hilfe der Wendepunkte könnten wir hier die Extrempunkte der ersten Ableitung festlegen. Damit kann man es schon ein bisschen genauer machen. Wir gehen jetzt noch einen Schritt weiter und wollen noch das Schaubild der zweiten Ableitung zeichnen. Im Prinzip ist es nichts Neues. Alles, was zwischen f von x und f' von x galt, gilt auch zwischen der ersten und der zweiten Ableitung. Das bedeutet, wir könnten an dieser Stelle wieder mit den Extrempstellen anfangen. Wir haben hier Tiefpunkt, Hochpunkt, Tiefpunkt. Hier haben wir erneut die Steigung 0. Alle diese Stellen. Und das wären dann die Nullstellen der zweiten Ableitung. Also, wir hätten hier eine Nullstelle, dann entsprechend nochmal hier eine Nullstelle und entsprechend nochmal hier eine Nullstelle. Dann, mit Hilfe des Vorzeichenwechsels, können wir auch das Schaubild der zweiten Ableitung zeichnen. Wir erinnern uns, ein Tiefpunkt hat immer ein Vorzeichenwechsel von Minus nach Plus. Das bedeutet, hier an dieser Stelle werden wir von negativen im positiven Bereich bei der zweiten Ableitung gehen. Der Hochpunkt hatte immer ein Vorzeichenwechsel von Plus zu Minus. Also, von Plus nach Minus an dieser Stelle. Und wieder gefolgt von Tiefpunkt, wieder von Minus nach Plus. Also, wieder von unten nach oben, hier an dieser Stelle. Dann natürlich wieder das Ganze sinnvoll miteinander verbinden. Folge einfach jetzt nur dem Verlauf. Das ist nur eine grobe Skizze. Und das wäre jetzt grob das Schaubild der zweiten Ableitung. Anhand dieser Schaubilder kann man eine Menge Zusammenhänge zwischen einer Funktion und ihrer Ableitung erkennen, beziehungsweise festlegen. Das kann man entweder vorwärts oder rückwärts machen. Also, vorwärts meine ich von oben nach unten, so wie wir es gerade besprochen haben. Aber wir können auch von unten nach oben, zum Beispiel von der Ableitung, zu der Anfangsfunktion gehen. Und da die meisten Abituraufgaben in dieser Richtung sind, alle von der Ableitung zu der Anfangsfunktion, wollen wir auch ein paar dieser wichtigen Eigenschaften festhalten, und zwar auch rückwärts. Das Erste, was uns interessiert, oder was wir auch benutzt haben, ist die Tatsache, dass die Nullstellen von der Ableitung die Extrempunkte oder die Sattelpunkte von F und X sind. Also, versuchen wir am Handelsschaubildes zu erkennen, was wir hier mit diesem Satz meinen. Die Nullstellen der ersten Ableitung, das sind diese drei Stück hier, sind genau die Extrempunkte. Also, wir sehen, wir landen hier auf den Hochpunkt, hier landen wir auf den Tiefpunkt und hier landen wir auf den Sattelpunkt. Das ist die Nableitung. Der einzige Unterschied macht es das Vorzeichenwechsel. Und zwar, ein Vorzeichenwechsel von Plus nach Minus, wie an dieser Stelle, von Plus nach Minus, bedeutet in der Anfangsfunktion natürlich ein Hochpunkt. Ein Vorzeichenwechsel von Minus nach Plus, so wie hier an dieser Nullstelle, wir gehen ja hier von Minus nach Plus, bedeutet in der Anfangsfunktion ein Tiefpunkt. Und wenn kein Vorzeichenwechsel vorhanden ist, so wie hier von Plus nach Plus oder kann natürlich auch von Minus nach Minus sein, dann haben wir in der Anfangsfunktion einen Sattelpunkt. Ein weiteres Erkenntnis wäre die Tatsache, dass die Extremstellen der ersten Ableitung, zum Beispiel die Wendestellen von der Anfangsfunktion sind. Also, auch das können wir problemlos hier an dieser Stelle nachvollziehen. Also, die Extremstellen der ersten Ableitung, Tiefpunkt, Hochpunkt, Tiefpunkt, sind genau die Wendestellen der Anfangsfunktion. Und genau auf die gleiche Weise könnte man auch noch weitergehen und die zweite Ableitung auch noch mit in die Betrachtung nehmen. Zum Beispiel die Nullstellen der zweiten Ableitung sind dann nach oben verfolgt, die Wendestellen der Anfangsfunktion und so weiter und so weiter. Also, es entstehen unzählige Zusammenhänge, die man hier rauslesen kann. Und zugegeben, das ist nicht der Sinn der Sache, dass wir jetzt einfach mal 15 Sätze auswendig lernen. Deshalb mache ich an dieser Stelle hier Punkt, Punkt. Und wir werden gleich sehen, wie man alle diese Eigenschaften in einem Schema zusammenfassen kann. Dieses Schema, von dem ich rede, ist das sogenannte NRW- oder New-Schema. Als erstes werden wir uns kurz anschauen, für was NRW steht. N entsprechend für Nullstellen oder Schnittpunkte in der X-Achse. E für Extremstelle, damit sind Hoch- und Tiefpunkte gemeint, indirekt. Und W natürlich für Wendestelle, inklusive Sattelpunkt. Das Ganze kann man dann entsprechend tabellarisch zusammenfassen. Und zwar wie folgt. Wir tragen in dieser Tabelle in der ersten Spalte, einfach hier an der Stelle F von X sein. Dann darunter die erste Ableitung. Und hier die zweite Ableitung. Wir haben bereits gesehen, die wichtigsten Stellen, die wir bei dieser Schaubilder gebraucht haben, sind die Nullstellen, die Extremstellen und die Wendestellen. Und die werden jetzt einfach hier eingetragen, für die Anfangsfunktion. Und bei jeder Ableitung rückt dieser Wort um ein Kästchen nach rechts. Also entsprechend werden wir dann hier New haben und bei der zweiten Ableitung an dieser Stelle. Jetzt wollen wir auch überprüfen, ob dieser Schema wirklich tadellos funktioniert. Beispielweise. Anhand des Schaubildes können wir hier erkennen, die Wendestellen der Anfangsfunktion sind die Extremstellen der ersten Ableitung, beziehungsweise die Nullstellen der zweiten Ableitung. Wenn wir jetzt zu der jeweiligen Spalte hier gehen, Wendestellen werden zu Extremstellen und dann zu Nullstellen. Das Ganze funktioniert spaltenweise nach unten, also vorwärts und rückwärts. Also kein Problem. Okay, dann hatten wir auch noch eine weitere wichtige Eigenschaft und zwar die Hoch- und die Tiefpunkte der Anfangsfunktion sind dann die Nullstellen der ersten Ableitung. Also die Extremstellen der Anfangsfunktion sind die Nullstellen der ersten Ableitung. Schön gut. Jetzt schauen wir, ob das Ganze natürlich auch rückwärts funktioniert. Und spätestens jetzt sollte uns auffallen, dass es ein kleines Problem gibt. Also, anhand der Tabelle, die hier links abgebildet ist, sollen die Nullstellen der ersten Ableitung, die Extremstellen, wenn man spaltenweise abliest, die Anfangsfunktion sein. Allerdings anhand des Schaubildes sehen wir, okay, das tut ja nur bedingt. Also diese Nullstelle ist tatsächlich eine Extremstelle. Diese auch. Aber diese Nullstelle hier ist keine Extremstelle. Das ist ja ein Sattelpunkt oder ein Wendepunkt. Das bedeutet, wenn wir von unten nach oben gehen, haben wir hier an dieser Stelle zwei Möglichkeiten. Und das hat immer mit dem Vorzeichenwechsel zu tun. Also, wir erinnern uns, wenn wir einen Vorzeichenwechsel von Plus nach Minus haben, dann haben wir einen Hochpunkt. Und von Minus nach Plus ein Tiefpunkt. Also, sobald ein Vorzeichenwechsel oder solange ein Vorzeichenwechsel vorhanden ist, haben wir tatsächlich auch eine Extremstelle. Wenn kein Vorzeichenwechsel ist, so wie hier an dieser Stelle, dann haben wir einen Wendepunkt, beziehungsweise in diesem Fall einen Sattelpunkt. Also hier steht dann kein VZW. Genau das Gleiche trifft dann auch eine Stufe runter zu und so weiter und so weiter. Also, dieses Schema funktioniert eigentlich ganz gut unter der Berücksichtigung, dass man noch das Vorzeichenwechsel beachten muss. Das, was wir gerade besprochen haben, funktioniert für ungefähr 95% der Abituraufgaben. Allerdings könnte man eine Kleinigkeit noch bemängeln, und zwar die Tatsache, dass die Skizzen nicht genau genug waren. Deshalb schauen wir uns kurz an, wie wir diese Skizzen noch ein bisschen beim Bedarf verbessern können. Also, ich habe jetzt praktisch für die Funktion von vorher die Anfangsfunktion und die erste Ableitung gezeichnet. Gut, mit den Eigenschaften, die wir bereits kennengelernt haben, können wir problemlos hier an dieser Stelle nachvollziehen, über die Hochpunkte und die Nullstellen. Also, diese Stellen stimmen wieder überein. Ich markiere so ein bisschen die wichtigsten Sachen. So, und die Frage ist, wie könnten wir jetzt herausfinden, wieso zum Beispiel die Ableitung bis hier den Wert minus 2 annimmt, an dieser Stelle minus 1? Na ja, ganz einfach. Es gilt immer noch die Tatsache, dass die Ableitung die steigende Tangente ist. Das bedeutet, wir müssen, oder wir können nicht nur an den besonderen Stellen Tangenten anlegen an der Kurve, sondern überall. Also, wir könnten zum Beispiel auch an der Stelle minus 1 hier uns eine Tangente an der Kurve vorstellen. Okay, mit dem Geodreieck würde das deutlich genauer und schöner aussehen. Und dann entsprechend die Steigung dieser Tangente über ein Steigungsdreieck ablesen. Also, wenn wir das Ganze jetzt ein bisschen grober gestalten, dann normalerweise eine Einheit nach rechts und ihr könnt schon erkennen, dann ungefähr zwei Einheiten nach unten, bis man die Tangente wieder trifft. Also, die Steigung an dieser Stelle wäre dann minus 2 durch 1, also minus 2. Deshalb wissen wir, dass die Ableitung hier an der Stelle minus 1 den Wert minus 2 annimmt. Und genauso könnte man es auch hier machen. Man könnte auch hier eine Tangente an der Kurve anlegen, in diesem anderen Wendepunkt beispielsweise. Und dann bei der 2 einfach mal ablesen, wie hoch die Steigung ist. Also, wir gehen 1 nach rechts und dann ungefähr nicht mal ein ganzer Kästchen. Kästchen sind hier 0,5, also 0,3 nach oben. Schauen wir mal an der Stelle 2 in der Ableitung sind wir auch bei 0,3. Also, mit dieser Taktik könnte man praktisch an mehrere Stellen eine Funktion Tangenten anlegen und dann entsprechend genauer die Steigung ablesen. Somit könnte man eine sehr genaue Ableitung zeichnen. Zum Schluss möchte ich euch in diesem Zusammenhang noch ein paar Hinweise geben. Als erstes, vergiss bitte nicht, die Ableitung ist immer die Steigung der Tangente. Dann, nur wenn notwendig, müsst ihr eine genaue Skizze machen oder eine Zeichnung anfertigen, sonst reicht auch eine grobe Skizze. Das New-Schema ist sehr hilfreich, vergisst aber nicht das Vorzeichen wechseln. Und es ist empfehlenswert, sich auch noch das Tutorial über das Skizzieren von Stammfunktionen beziehungsweise Integralfunktionen anzuschauen. Das findet ihr eigentlich in der gleichen Playlist. Nach diesem nicht so witzigen Thema, einen flachen mathematischen Witz. Und zwar, was macht denn üblicherweise ein Mathematiker im Garten? Naja, selbstverständlich Wurzel ziehen.